wieder her was ist beruhigend in dem aqua ding alter sich verarschen was hier ist das bringt mich um weil das bringt ich da nicht um und das ist ja nicht nur zu machen und dann damals machen es bringt voll ach ja stimmt dann musst du gleich muss dann da 1 machen überall stammt hier musst du dann 1 machen also erst das und dann geht es nicht mehr kann ich jetzt nicht mehr wieso kannst du noch mal ein bisschen rückwärts gehen fack du musst sowieso erst musst du das hier machen warum da musst du das rote hin machen ich hab dich gerettet junge jetzt musst du dann da oben das machen das rote das rote alter nein 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 ich lebe schön kannst dich umbringen ach ok nochmal du warst verkackt alter wieso stirbst du nicht so ich hätte noch gar nichts an ich glaub auch x22 und so boah willst du mich verarschen wie sterbe ich denn jetzt von hier wo bist du denn du hier unten ja wo unten da hier fahr hoch ja warte gut würden sie bitte hochfahren da gesehen ja ja das dauert ein bisschen vielen dank dass sie mit äh Monheim geflogen sind ja rein da erzähl nochmal allen wo du wohnst wohnt sucht mich ja ich mein wer wohnt schon in Monheim deine Mutter ne ah ne die wohnt ja woanders ja wohin was muss ich jetzt setzen ähm du musst rot da hinsetzen ok rette meinen Arsch gleich ja jetzt bam Junge was ist da los jetzt rot da oben ja und abwärts jetzt musst du rot dann da hinsetzen warte mach alter oh oh alter schnell so gut pfff und jetzt warte 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 fuck scheiße das ja egal das ist nicht schlimm das ist nicht schlimm da unten kannst du gehst ein Portal unten ja das ist immer mit der rot da musst du jetzt auch dein rotes hinsetzen ja das einzige problem ist ähm ähm ja jetzt ist natürlich Fick ne alter hab dich extra kurz ey was soll denn das du darfst du musst das Ding das fährt wieder zu ja ich weiß es war auch keine Absicht ne lass mich leiden wo du dein Portal danach hinsetzen musst um da hoch zu kommen ja doch ich schon ja wo denn ja siehst du gleich ich muss noch rüber springen ich kann da ich kann da auf ne Plattform springen ok so Achtung save me save me ich war überhaupt nicht da dran weißt ja Achtung so Achtung so hochfahren nicht zu fahren so warte boah oh mein Gott alter so Achtung ja jetzt aufpassen ne alter wie mach ich das denn ja ich kann dich ja so bremsen wenn ich hier drauf steige im Notfall ja ok dann brems mich so dass ich da niemals reinfalle also warte nochmal ruhig ne Runde ab Vorsicht gut Achtung Achtung wenn ich jetzt hochkomme jetzt jetzt boah das dauert zu lange das ist viel zu lange so jetzt halt mich halt mich irgendwie ich kann dich nicht richtig halten du musst mach immer hin und her spring spring geht nicht Achtung warte Achtung mach nein mach zurück mach zurück mach zurück oh gut da ist ein Portal das kann ich nämlich von hier aus nicht sehen den Papst pass auf du hast da so ein scheiß Turret wie warte mach zurück spring doch ab ok alter so weg da weg da schießt auf mich ja bleib zurück du musst jetzt pass auf du musst jetzt da oben da ein Portal hinsetzen und zwar dein rotes machs hol dir das Ding ab alter das schießt mich ab das schießt auf alles aber nicht auf dich alter Junge ey ohne Scheiß du hast es hochfahren lassen ich war hier grad in Deckung gegangen auf einmal kommt das hochgefahren oh der schwebt hier rum so und jetzt der schwebt hier rum ja wie komme ich jetzt hier weg was muss ich machen muss denn jetzt erstmal habe ich den da abgesetzt so ok jetzt brauchen wir den den Würfel brauchen wir jetzt gleich aber ich weiß nicht wofür ich glaube du brauchst den da oben irgendwo oder ne ne ja da doch irgendwie nö ne ne doch irgendwie doch nö hier oben brauche ich keinen Würfel quasi ich weiß nicht was unter mir ist darf ich hier runterspringen oder ne warte geh mal wieder da oben hin ja ich hier kann man nicht mehr hoch du kannst da jetzt aber rein oder ne ich weiß ja nicht kann ich hier runterspringen ja da ist nichts mehr da kannst du runterspringen gut ja toll da ist nichts mehr bringt es mir ja gar nichts hier runter zu ja hier werde ich jetzt verrecken elendig warum toll ja weil ich hier nichts machen kann ja dann warte doch mal ab Junge nur mit der Ruhe mach dein rotes portal wieder da oben hin und wehe du setzt dein gelbes oben alter nein wollen sie zurückkommen der Herr achso ja geht nicht ach doch hä alter 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 ja toll oh Junge Mann nein oh Gott gut ich weiß woran es liegt ah hä woran was ist denn das Alter ich hab das gelbe falsch gesagt mach nochmal zurück das nervt mich so so jetzt hoch das einzig blöde ist ja jetzt dass der ähm dass der Würfel jetzt da unten ist was ist das für eine Kacke wieso fährt es mich nicht hoch kommst du lang so durch so langsam Wasser fast durch ich schaff's nein ich schaff's nicht Alter was denn da los Alter Alter das sieht so in die Kacke aus bei mir dann würde ich mich um und das auch oder ob man nach das Make it hoch Make it rain Es saugt mich an Das suckt Bring dich um Ey komm, das ist kacke hier Hier ist nichts zum töten Kann man irgendwie Slash kill oder so? Warte mal Hast du irgendein Problem? Dann komm her Ich hab ne Waffe Ach das ist ja dein Ich hab den Turm Wann das lässt kill? Ja was? Ich will sterben Guck mal, das fliegt den Turm Ah, warte, mach mal da rein bitte Mach nochmal Da komm ich nicht dran, das weißt du nicht Wie, da komm ich nicht dran? Mach einfach Okay, da brauchen wir den Würfel auf jeden Fall Oh ne, du hast es jetzt nicht echt gemacht Oh ne Ja, können wir schon mal cheaten jetzt Ich komm mir nicht weg Wieso kommst du denn nicht weg? Ich muss mir jetzt das gerade erstmal angekommen Ja, ich komm mir niemals weg Musst du auch nicht raus? Ne Was ist dahinter dieser Schrägen? Nichts Ja, es gibt hier keine Schräge Achso, hier kommt ein Laser raus Ein Laser? Ne, es sollte vielleicht einer kommen oder so Oder ein Würfel, aber hier kommt nichts Drück mal irgendwas Vielleicht kommt dann was Guck mal, er schwebt da oben rum, macht sich ein Schilligen und hier, ich bin hier gefangen Toll Vorsicht, ne, deine Knarre Wie, du schickst sie mit mir? Ja, komm, tüte mich mit dem Ding Schick mir das vorbei Ja, der geht nicht durchs Portal Ins gelbe rein Der geht nicht durchs Portal Wie, der geht nicht? Ich geh durch, aber der nicht, der bleibt da vorhängt Ja, weil du blond bist Ach, das bist du Ja, guck mal Ich geh, ich komm da hoch Ja, das ist schön Jetzt haben wir ganz gefehlt Irgendwie Spaß hier Na, ne, doch nicht Ja, ich komm noch hoch Ja, haben wir sowieso Weil ich hier gefangen bin, ich komm hier nie mehr da weg Ja Oh, kein Bock, das nochmal zu machen Wollen wir einfach cheaten? Wie willst denn du cheaten? Ja Slash Cheat eingeben und dann hier durchhecken Ja, Slash Cheat Nein, Turm, bleib hier Ich werd mich jetzt mit dem Turm umbringen Cheat Engine on Ja, stell dich doch hin Hinstellen Hier bin ich Was? Hier bin ich Warum macht der nix? Ja, ich Er ist tot Wie, er ist tot? Nein Der Turm ist tot Meine einzige Oh, ne Das stimmt gar nicht Du hast ihn in das Loch geworfen Der ist tot Der macht nix Ich stand grad davor Nein, meine einzige Überlebenshilfe Ach, ich kann ja einfach durchspringen Wennst du Sterbehilfe Ja, kannst du bitte einmal irgendwas drücken? Ich bin hier doch nicht gefangen Moment Ja, aber ich Weißt du, du hast ja überall Portale Höh, ich bin hier gefangen Ne, ne, ne Ne, ne, ne Ne, ne, ne Nico, es bringt aber nichts Guck mal, guck mal bitte hier hoch Ich bin hier Gefangen Geh dich mal um Ich guck mal grad deine Sicht Hm Ja, ich würd mal sagen Sie schlädt für die Schoß, oder? Ja, ich hab oben zwei Portale Kannst du da nicht irgendwas durchsenden? Warte, ich versuche noch mal Ich versuche noch mal Den Strahl zu schicken Jawohl Genau, mach das mal Ja, aber mal gucken, ob das jetzt funktioniert Wenn nicht, dann ist das Spiel am Backen Und dann kannst du es vergessen Ja, den haben wir aber wegen Bug verloren Den dürfen wir aber cheaten Ja, wie willst denn du cheaten? Guck mal, ich lege dich auch rum Guck mal in meiner Sicht, ey Guck mal in meine Sicht Lol Ich hab's geschafft Oh my god Oh, warte, wie komm ich jetzt weg? Warte, mach nichts Falsches Oh my god Da steht das Viech, ne? Das tötet mich bestimmt Nein, das Viech ist tot So, wie komm ich jetzt weg? Ah, ähm Eventuell, ähm Du musst halt Souvenir mitnehmen Mach was Ähm, eventuell so, ne? Bleibst du mal da drin und so Genau, bleibst du mal da drin Das chillt doch Okay, und was haben wir jetzt? Du musst jetzt hier so einfach rausspringen, ne? Ne, warte, warte, ich geh da rüber Ah, geht gar nicht Du musst einfach da rausspringen Mom So